Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne das Unboxing von der My Little Box zeigen, die diesen Monat so schön daherkommt. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box ist eine Box, die monatlich erscheint. Sie enthält normalerweise drei Beauty-Produkte und zwei Trend-Accessoires. Es ist eine französische Box, die 17,90 Euro pro Box und pro Monat kostet. Und wir haben hier wirklich sehr verspielte, schöne Geschichten drin, die uns immer so auf eine kleine Reise mitnehmen. Im Januar möchte sie uns einen kleinen Neustart schenken. Und ich habe schon von der lieben Stefanie, von meiner Kontaktperson, eine Nachricht bekommen, dass bei mir zwei Produkte fehlen werden. Ich habe aber Bilder dazu, die ich euch einblenden kann, weil sie wollte mir das Unboxing nicht vorenthalten, dass ich das hier auf diesem Kanal machen kann. Die Produkte werden dann nachgeschickt. Die Boxen, die aber an die Abonnenten rausgehen, sind dann inklusive dieser beiden weiteren Trend-Accessoires. Denn dieses Mal haben wir drei Trend-Accessoires hier drin enthalten. Und ich finde, also ich bin jetzt schon wieder begeistert, weil ich liebe dieses Farbenfrohe. Und bei der My Little Box ist alles manchmal ein kleines bisschen anders. Hier haben wir das auch sogar so, dass wir kein Heftchen haben, wo drin steht, was drin ist. Wir haben einfach einen Karton, wo das Motto mit reingeschrieben worden ist und so. Und ja, Work in Progress. Also es geht tatsächlich wieder um den Neustart ins Arbeitsleben. Und es gibt eine Kooperation mit Soir Paris. Das ist eine französische Modemarke. Und es gibt einen Code und zwar Start. Mit dem Code Start kannst du nämlich 5 Euro auf deine erste Box halt sparen, wenn du Bock hast. Und ich kann auch eine Box verlosen an einen von euch, weil es eine Kooperation ist. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau. Wir schauen jetzt einfach mal, was hier das Motto bedeutet. Der Januar ist König. Beziehungsweise erst mal das Motto, beziehungsweise die Überschrift Just in Time. Okay. Der Januar ist König und setzt den Ton fürs Neujahr. Er motiviert uns, etwas zu ändern, vorwärts zu gehen und Erneuerung zu wagen. Für einen fulminanten Start haben wir Soir Paris eingeladen, die Marke Zweierschwestern, die mit Erinnerungen ihrer Kindheit angefangen haben. Ach, wie schön. Soir kreieren schimmernde Drucke auf ihren Outfits und punkten mit elaborierter Raffinesse. So. Diese farbenfrohe Collab machen wir uns gemeinsam... Nein. Diese farbenfrohe Collab haben wir uns gemeinsam ausgedacht, um dir den Start zu versüßen. Schön, oder? Genau. Wenn ich hier dann einmal die Box, beziehungsweise Tasche rausnehme, haben wir hier dann auch so ein bisschen was drinstehen. To-Do. Mein Weg finden. Meinen Passionen folgen. Mehr Champagner kaufen. Das steht da. Ich kann da nichts für. Hier sind auch noch so diverse Informationen, denn auch Sternzeichen. Guck mal, ich bin Zwillinge. Es ist möglich, zwei Projekte gleichzeitig zu machen, wenn man mehrere Persönlichkeiten hat. Viel Spaß. Läuft. Das trifft auf jeden Fall bei mir sehr gut zu, denn ich habe da gerade was am Laufen. Dann haben wir hier noch ein Sudoku drin. Ich habe damals so viel Sudoku gespielt. Ich hatte so ein Club-Handy, ein LG-Club-Handy. Und da war Sudoku als Spiel vorinstalliert. Also diese beiden Sudoku, die hier sind, werde ich auch mal einfach demnächst mal lösen. Das ist ja cool. Das macht mir immer Freude. Und ja, tadaa. Hier ist tatsächlich dann das erste Gedönsen. Der Weg de Petite d'Idee, also quasi der Weg der kleinen Ideen ist es. Und es ist ein Kreislauf, okay. Die perfekte Idee finden, in ein bequemes Outfit schlüpfen, Ideen zu Papier bringen und Pro und Contra aufschreiben, okay. Sich selbst hinterfragen, Panik, alles von der To-Do-Liste streichen. Eine neue Idee haben, von vorne anfangen, Schritt für Schritt arbeiten, sich winden, manchmal nochmal anfangen, die perfekte Idee finden. Und so geht es dann immer im Kreis. Das ist natürlich super, ne. Also, ja, sowas finde ich immer ziemlich ulkig. Das ist etwas, wo nichts hinten draufsteht. Ja. Ich bin ja auch ein sehr kreativer Mensch und arbeite gerade auch an einem sehr kreativen Projekt, Leute. Ja, hier haben wir dann das erste Produkt. Und das hier, meine Lieben, ist eine Laptop-Tasche. Ist das nicht großartig? Also, das kann man halt super dann verwenden. Also, wenn ich jetzt theoretisch, ich bin ja seit Oktober selbstständig, aber wenn ich jetzt rein theoretisch Homeoffice machen würde und dann am nächsten Tag muss ich mit meinem Laptop wieder zur Arbeit, dann habe ich immer ja einen Rucksack mitgenommen. Und dann kann man hier in diese wunderschöne Tasche seinen Laptop einfach reinpacken und dann halt in dieser Tasche in den Rucksack packen. Oder in die Handtasche oder was auch immer, in den Shopper, was auch immer man da als Tasche verwendet, ne. So, nimmt der nämlich von außen nicht so Schaden, kratzt nicht und so. Finde ich klasse. Ne? Also, ich mag das Design übrigens auch richtig gerne leiden. Bei der My Little Box ist es immer etwas schwierig, die Produkte zu bepreisen für mich. Aber ich versuche das immer so ein bisschen, viermal daumen zu machen. Und ich weiß nicht, was so eine Laptop-Tasche kostet. Ich suche mir da ein bisschen was im Internet zurecht. Gucke auch bei Swapari einfach mal auf der Seite vorbei, ob die da so ähnliche Produkte drauf haben. Manchmal gibt es bei mylittlebox.fr, das ist die französische Homepage der My Little Box, auch einen Shop. Und da sind manchmal auch Produkte drin aufgeführt. Auch hübsch. Ist ja dieses Schleifchen, ne. Ist auch süß. Genau, da mache ich die Riesentasche mal auf. Genau, die beiden Produkte, die quasi nicht in dieser Box mit drin sind, ist ein Heft und ein Stift. Kann ich euch mal einblenden. Genau, also das ist quasi etwas, womit man so seine Ideen zu Papier bringen könnte, um Pro- und Kontralisten zu erstellen. Was natürlich auch sehr gut zum Motto der Box gepasst hätte. Und ja, eigentlich ganz, ganz passend auch alles irgendwie ist, ne. Natürlich sind die Inzidenzen jetzt wieder so hoch, dass es eher Homeoffice-technisch auch dabei bleiben wird. Ich sehe das ja auch bei meinem Freund. Aber die Hoffnung bleibt bestehen. Kann man nicht anders tatsächlich sagen. Und jetzt habe ich nämlich in dieser Tasche tatsächlich drei Beauty-Produkte drin. Und ein Flyer. Okay, das bezieht sich aber auf ein Produkt, was wir hier drin haben. Und zwar von der My Little Eigenmarke. My Little Beauty. Lemon Eye Lemonade Mask Visage Eclat. Eine Königinnengesichtsmaske. Ist das der Wahnsinn. 50ml haben wir hier drin enthalten. Und ich mag einfach gerne Gesichtsmasken. Gerade in diesen Pöttchen. Das ist nachhaltiger. Ich habe mir auch für dieses Jahr geschworen, dass ich mir keine Einmalanwendungmasken mehr kaufen werde. Also Claudi wird dieses Jahr für sich selbst, wenn es im Boxen ist, werde ich es verwenden, wisst ihr Bescheid. Aber werde ich für mich selbst keine Tuchmasken kaufen. Ich werde mich an meine Maskensammlung wagen und nach und nach die ganzen Pöttchenmasken aufbrauchen, verwenden. Das wird mir schwerfallen. Aber mal gucken. Ja, ich werde wahrscheinlich meine Lieblingstuchmaske von Dalton immer mal wieder nachgeschickt bekommen. Aber das ist ja keine offizielle Bestellung, oder? Wir müssen uns ja selber auch ein bisschen austricksen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, geil. Riecht auch gar nicht so nach Limone. Das finde ich klasse. Ich bin nämlich kein Fan von zitrischen Düften. Okay, was sollst du eigentlich machen? Bio-Zitronenwasser, Vitamin C und Honig. Oh, schön. Eine dünne Schicht auf das Gesicht auftragen, 15 Minuten einwirken lassen, abspülen und mit einem feuchten Wattepad entfernen. Ist das etwa ein Viersicht-Tin, der da zum Vorschein kommt? Okay, das soll also Strahlkraft bringen. Klar, wenn du Vitamin C mit drin hast, dann sorgt das meistens so für Glow und Regeneration. Und Honig ist halt wirklich dieses Mega-Regeneration, Entzündungshemmend, reichhaltig, näherend sein. Also dafür ist Honig ja auch bekannt, also sowohl in Nahrungsmitteln, wenn man zum Beispiel, ich hatte ja nach Weihnachten eine dicke, fette Erkältung, da habe ich mir immer schön Honig in Tee reingemacht. Ist gut für den Hals, es ist entzündungshemmend, es macht alles geschmeidiger und das wird die Maske dann auch machen. Eine Königin-Gesichtsmaske, ja. Herzlichen Glückwunsch, werde ich eine Königin werden. Mal gucken. Als nächstes habe ich hier was drin von Barbour, Dr. Barbour. Wir haben öfters was in der My Little Box drin, was von Dr. Barbour ist. Und das ist so krass, weil das ist ja eine so teure Marke. Das muss man sich mal reinziehen, ne. Und wir zahlen halt 17,90 Euro für die Box. Ja, Refined Cellular Detox Lipo Cleanser. Ein Gesichtsreinigungsvieh, das halt tiefenreinigend ist, die Haut verfeinert und die Hautpflegeresultate optimieren soll. Mit 20 Millilitern. Das ist hier drin enthalten. Und dann gucken wir, oh ja, das macht die Kamera hier super. Eine Lipotherm-Formel öffnet die Poren. Selbst tiefsitzende Verunreinigungen werden gelöst. Ja, da bin ich mal gespannt drauf. Gerade so diese Unreinheiten, die man halt nach der Erdbeerwoche hat, ne. Die sind immer böse. Nachfolgende Wirkstoffe können besser aufgenommen werden. Ein Detox-Komplex schützt die Haut von negativen Umwelteinflüssen. Ja, ich wohne auf einem Land. Da hat man nicht so viel zu tun mit Umwelteinflüssen. Da hat man vielleicht so ein bisschen mal Jauche, die gefahren wird. Aber ansonsten ist alles Juti. Ne, finde ich aber cool, ne. Und so Cleanser, ne. Kann man dann auf jeden Fall mal gut ausprobieren. Und den musst du wahrscheinlich einfach dann abwaschen. Wie man halt einen Cleanser verwendet. Da steht es nochmal auf. Steht gar keine Anwendung mit bei, Leute. Egal. Will wahrscheinlich einfach ein Cleanser zum Abwaschen sein. Finde ich gut. Okay, und das dritte und letzte Produkt, also das dritte Beauty-Produkt und letzte Produkt, was sich hier in der Box befindet, ist von Avene O-Thermal H-Hydrance Light Emulsion. Eine Hydrating Emulsion für normale und Mischhaut und sensible Haut. Das ist meine Haut. 15 Milliliter. Okay, das wird leichte Feuchtigkeit spenden. Ist dann für mich eher was so für den Sommer und für den Tag. Weil ich ansonsten ja eine trockene, sensible Haut habe, die wirklich viel, viel Liebe und Feuchtigkeit benötigt. Avene ist auch eine sehr hautfreundliche Marke. Die bringt ja auch diese Gesichtswasser oder diese Sprays, diese Wassersprays raus. Meine Mom hat oder hatte Neurodermitis und der hatte ich auch ab und an mal was so von Avene geschenkt. Und das verträgt die auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, das hier könnte ich mir auch bei mir einfach mal vorstellen. Denn manchmal ist meine Haut auch ein bisschen wild, da muss ich auf etwas sanftere Pflege zurückgreifen. Auch wenn mir die Produkte von Beautymates halt sehr helfen. Manchmal ist meine Haut halt richtig am eskalieren. Das habe ich so alle halbe Jahr, dass ich so einen Schub bekomme. Und das ist dann halt so. Ich kenne meine Haut einfach schon seit 32 Jahren. Und das finde ich klasse. Wird auf jeden Fall zur Seite gepackt. Und Leute, das war eine schöne Box, oder? Also ich ziehe mir das ja auch immer wieder so in die Gedanken zurück, dass ich 17,90 Euro hier als Preis habe für die Box. Und dafür bekommst du eine Laptop-Tasche, ein schönes Heftchen, schönen Stift dabei. Ich habe die ja eben schon als Bild gesehen und finde die auch sehr, sehr hübsch. Passend zu dem Design halt auch mit dabei. Eine geile Gesichtsmaske, auf die ich mich extrem freue. Also alles, was so mit Honig ist, das spricht mich total an. Alles, was Glow geben soll sowieso, weil ich mit meiner trockenen, fahlen Haut bin, halt immer glücklich um jeden Glow, den ich bekommen kann. Dann auch diese Pflegeprodukte, das ist so toll aufeinander abgestimmt, dass du sowohl einen Cleanser hast, als auch direkt danach dann die Pflege bekommen kannst. Und das mag ich halt an der My Little Box. Die ist manchmal so ein bisschen verspielter, dass wir hier auch Trendaccessoires drin haben, wie zum Beispiel so eine schöne bunte Laptop-Tasche. Die hast du halt nicht alle Mal dabei. Und das zeichnet die Box halt wirklich aus, dieses liebevoll zusammengestellte, etwas andere. Und falls du Bock auf die Box haben solltest, wie gesagt, ist der Code Start dein 5 Euro Rabattcode, den du gerne anwenden kannst. Und das war es jetzt hier von mir. Vielen Dank an die liebe Steffi für die Zusendung der Box. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Traum nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!